So hallo und ein herzliches Willkommen hier auf RaccoonCast zu einer neuen Episode Luminor City. Wir sind das letzte Mal ja mit dem fliegenden Gasballon hier rüber auf dieses kleine, wie soll ich sagen, zusammengepferchte Wohnfeld. Und wir gucken uns einfach mal um, weil ich habe ja jetzt überhaupt noch keine Ahnung, wo wir irgendwie hin können. Okay, in short we have been supplied countless editions of just 26 different books. Please be assured we are doing all we can to rectify the situation. Please accept our apologies to the library staff. So, wir wissen ja aber zum Beispiel, also ich weiß es noch nicht, was wir machen müssen, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass die Bürgermeisterin ein Patron war. Okay, das ist das Gebäude vom Anfang. Was steht da? Loomville? Irgendwie rein? Hm. Ich kann es nicht ganz erkennen. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Gucken wir doch hier mal. Hier muss es ja bestimmt irgendwie was geben. Oh je. Oh je, oh je. Kann man das irgendwie... Oh, das ist schön. Sorry. Ja, I love the scenes guy. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das da nicht einfach nur eine Story ist. Einfach so. Ich lese mal ganz kurz drüber. Vielleicht hat es ja irgendwelche Informationen, die uns später vielleicht helfen. Ich glaube, es ist ja jetzt. Wie ein Beispiel. Ja. Wenn ich das so, was wir? Trabag. Pondering is more pensive, perhaps a bit more grave, he explained, I guess. Pondering eyes up, top left, right. Pondering eyes down, sideways. I drew the expressions in my head. Hm. Hm. Okay. Okay. Hat man da jetzt echt von... Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, das ist ganz schön... Da fehlt aber auch ein bisschen was, oder? Sieht das nur so aus. Ne, da fehlt was. Da fehlt definitiv was. Da ist was rausgeschnitten worden. Tools of the Drade. Oh je, zu viel, zu viel. Ich weiß einfach nicht. Ich geh nochmal kurz... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Jo, vielleicht? Ne, das willst du schon nicht mehr. Gut. Dann eben nicht. Ah, es ist immer noch nicht ganz weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut. Wir gehen nochmal nach draußen. Weil das hilft mir jetzt im Moment mal noch nicht so viel weiter, muss ich zugeben. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen viel. Aber wir können noch da rüber. Ja. Wir können auch da hoch. Was ist denn mit dem da? Gehen wir mal noch eins hoch? Vielleicht hier rüber? Gucken wir doch mal. Ah, hier hin. Die ist ganz schön agil, muss man zugeben. Ganz schön agil, das Mädchen. Für ihr Jungsalter. Gucken wir mal da durch. Wer ist das denn? Hallo? Hallo? Warte mal. Ist das dieses Schiff, was wir eben gesehen haben? Hallo? Das sieht schon so aus in der Art, oder? Oder habe ich nur so das Gefühl? Mal klopfen? Nee, ist zu. Ich vermute ja, dass es da unten noch weiter geht, aber wir gehen trotzdem mal nach oben. Library. Hm. Gehen wir da hoch? Da rein? Ja. Und? Hallo? Aha. Ein Radio? Looks like an outbroken Morse-Code-Maschine. Aha. Someone tried to patch it up with a code-hänger for an aerial. Okay. Und was ist da drin? It's locked. And needs a key. Oh, the hanger wasn't fixed in. Würde ich doch mal sagen, wir haben unseren Schlüssel, oder? Oder nicht? Hm. Okay, dann... Dann eben nicht. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Ähm. Ich war's nicht? Ich hab nix gemacht. Hm. Hm. String Catch Resistor. Nee, Spring Catch Resistor. Und Locking System Hold. Okay. Okay. Was ist das denn? Ah, okay. Da können wir doch was machen. Ja. Das ist ein Fresnel. Oder Fresnel. Da, genau. Eine Scheibe, die, wenn das Licht von hinten drauf strahlt, ganz gerade ausscheint. Beziehungsweise sollte sie das. Ähm. So. Allerdings funktioniert das jetzt natürlich nicht. Das würde so passen. Hm. Ah, okay. Warte mal. Nee, das ist eins zu weit. Wie wär's denn? Nee, das war nochmal eins zu weit. Nee, das ist... Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Nee, das ist immer eins... So vielleicht. Nee, da ist das da immer noch falsch. Warte mal. So. Nee. Ach, verdammt. So. Und dann bewegt sich das da. Und so bewegt sich das da, aber... Hm. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Mainlight is in focus when all beams strike the blade horizontally. Ja, ja. Das weiß ich. Das weiß ich, wie das funktioniert. Jetzt muss es nur noch klappen. Oh, Mann. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Okay. Es ist jetzt natürlich die Frage, was für eine logische... Ha! Das da sieht doch gut aus. Irgendwie... Hm, hm, hm. Die besten Chancen habe ich da immer, indem ich einfach irgendwie total unwillkürlich... Hm, hm, hm. Oh, sorry. Ähm, da auf diese... Diese Teile drauf drück. Das hat bisher immer die besten Ergebnisse gebracht. Das da funktioniert noch nicht. Warte mal, ich glaube, wir sollten am besten die da vielleicht in dieselbe Reihe bringen. Dann drehen die sich nämlich hier gleich. Hm. Okay, 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 okay. Ähm... Warte mal, so sollte das doch... Warte mal, so sollte das doch funktionieren. Zack. Und jetzt? Mainlight ist im Fokus, wenn... Yeah, ja, 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 ja. Okay, ähm. Gut, das haben wir ja. Ah, jetzt leuchtet das. Möchte der was haben? I do need help getting down from here. I wonder if I could signal to... Ah, Morse. Morse. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Was ist denn das da? Rope? Need help. SOS. Ähm. Okay. Other useful transmissions. Rope, tea, cake. Okay, SOS. That's really bright now. Yeah, yeah. For the loan. Okay, wie war denn SOS? Lung. Ah, the light's much brighter now. I wonder if, uh, if that boy with the binoculars can see this. Okay, um. I've absolutely not heard of what I'm signaling. I wonder if I could get... Get this to signal in Morse code. I'm going to need something to help me with my Morse code. Ja. Ich glaube auch. If I only knew... That's a kind of guide. Mmh. Warte mal. Ich glaube, da kommt doch die... Also, wir haben zwar unten da diesen Morse-Dingens-Kirchen da. Also, ich weiß nicht, ob uns das direkt was hilft. Aber wir könnten ja... Ne, okay, macht nix. Aber wir gucken einfach unten nochmal in der Bibliothek, würde ich sagen. Denn da sollte ja eigentlich... Da sollten doch eigentlich Bücher sein über Morse. Beziehungsweise über das Morse-Alphabet. Okay, dann könnten wir das vielleicht sogar hinkriegen. So, und rüber? Sehr gut, kleine Dame. So, und... Nach unten bitte. Sehr schön. So, kann man da eigentlich runter? Kann man da eigentlich runter? Ne, okay, da kann man nicht runter. Aber wir können mal hier gucken einfach mal. Äh, okay, das bringt wohl nix. Hallo? Ne, das bringt nix, alles klar. Aber da sind schon die Pipes, die ich eben gesehen habe, auf der anderen Seite. Okay, gucken wir doch einfach mal. Ähm... M. Ah! Siehste mal. Sehr schön. Use Morse, of course. Sehr gut. Gut, gut, dann haben wir das ja eigentlich. Ähm... Ich glaube, da steht sonst nix. Ne, da steht glaube ich sonst nix. Gucken wir uns das doch mal ganz kurz an. Wenn die junge Dame hier mal vorkommt. Oder so. So, kann ich mir das mal... Kann ich mir das mal angucken? Hm. Anscheinend nicht. Okay. Dann würde ich sagen, war es das mal für diese Episode. Ähm... Ich versuche in der nächsten einfach mal, ähm... Ja, darüber zu morsen. Zu dem netten jungen Mann, der uns helfen will. Und wir senden einfach mal SOS. Obwohl es jetzt nicht unbedingt der Notfall ist. Aber Hilfe ist Hilfe. Also, versuchen wir es einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like unter dem Video. Kommentiert uns, abonniert uns. Empfehlt uns bitte weiter. Würde uns sehr viel helfen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier auf RaccoonCast. Ciao. Ciao.